Harry sagt guten Morgen. Heute am 30. August 2018. Es ist 7.50 Uhr. Wir haben gerade den Sonnenaufgang hier. 22 Grad. Wir haben keinen Wind, keine Wellen, keine Wolken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, einfach nur traumhaft Der Morgen hier am Strand So, und mit diesen Bildern werden wir uns dann wieder verabschieden Und sagen Tschüss, hasta mañana, bis morgen Und dann können wir uns dann wieder verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.